Ich glaube, ich passt durch. Okay. Dann gehen wir durch, wenn ihr durchpasst. Oh! Oh! Scheiße. Was geht da ab? Sie sind voller Sünder. Befreit ihn, damit sie meine Liebe spüren. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. What the fuck? Jetzt ist er frei. Jetzt ist er frei. Sucht nach Versprengten. Sie führe uns. Fuck, Alter. Die kommen jetzt genau in meine Richtung. Hast du gehört, was Lilly getan hat? Hab ich. Eine Schande. Aber nicht überraschend. Aber ihre Schwester. Ich war schockiert. Ihre arme Mutter. Aber sie hätte merken... Versprengt sie! Nein! Mach den Wolf! Fuck. Ah! 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 Ach, fuck, Alter! Ach, egal. Nochmal. Das war zu heftig, Alter. Alter, gegen die kämpfen ist ja nicht so einfach. Kranker Shit. Das sind die anderen Richtungen. Weg von denen. Jetzt laufen die in die andere Richtung. Dein Ernst. Und reden auch nicht mehr. Schade. Also gut. Ich hätte gerne gehört, was die noch gesagt haben. Die sich teilen. Das ist aber besser. Die teilen sich nicht. Scheiße, ich hab kein Schally mehr. Echt jetzt? Komm her. Schnauze. Schnauze. Du schnauze. Ja, ja. Du schnauze als erstes. Ach, Drecksau. Okay. 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 Wohin? 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 Scheiße, Alter. Da drüben ist noch einer. Da musst du dich immer sehen. Die Leiche gesehen, ne? Shit. Verdammt. Und bereit machen. Hey, du kannst da doch reden. Ach, dieses Pfeifen. Augen auf. Ausschwärmen. Da draußen ist jemand. wird. Malcolm. Wir haben angegriffen. Das kam aus der Richtung. Sie können nicht weit sein. Versprengte! Schnapp den Wolf! Scheiße. Au! Mist, Kerle! Aua! Aua! Oh nein! Alter! Jugevatter, Alter! Ist das schwer! Was zum... Versprengte! Schnapp den Wolf! Ah! Ah! Das ist mein Handy. Shhh... Ah! Oh Gott! Alter, wo denn? Dreckschweine. Verschwunden. Suchen wir alles ab. Schnappt sie euch. Ja, gleich ist er weg. Gleich pfeifst du nicht mehr, Vögelchen. Da drüben. Wow. Die hab ich noch nicht. Muss ich jetzt noch herstellen. Arschloch. Mein Pfeil. Verdammt, die hat keinen Pfeil. Sichel. Scheiße. Shit. Keine Ahnung. Seh keine mehr. Oh, ein paar Pfeile. Hä? Das nehme ich auch. Oh, oh. Was? Ganz neu. Die sind wir auch los. Ich brauche einen Pfeil. Ich brauche einen Pfeil. Nein, kein Explosiver. Bis hierhin? Scheiße. Weck. Down. Und tschüss. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Okay, das ist nur Ration. Das nehmen wir mit. Shit, wo? Ja. Komm, Vögelchen. Komm hier, Vögelchen. Scheiße, ich höre noch eine. Scheiße. Scheiße. Habe ich dich. Klappe. Ruhig, Mädel. Niemand ist ruhig. Jetzt bist nämlich du ruhig. Okay. 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 Was? Komm. Komm. Komm um die Ecke. Komm um die Ecke. Komm schon. Wiedersehen. Verdammt, dass die Pfeile immer abbrechen. Echt ärgerlich. Nein. Doch. Für dich habe ich sogar eine extra besondere Überraschung. Du bist alleine. Danke, dass ihr euch immer so anpfeift. Augen. Tschöken. Runter, runter. Fuck. Okay, es waren doch noch mehr dann. Runter. Oh, da bist du ja. Du bist der Letzte, hä? Fuck. Wiedersehen. Alles klar. Das war's. Ah, ne, die ist nicht besser. Puh. Junge, Junge. Uh, von dem ist nicht mehr viel übrig geblieben. Alter Falter. Den hat's richtig zerrissen. Da fühlt man sich doch gleich wie Rambo. Okay. Was ist der Krankenhaus? Was ist der Krankenhaus? Hier sind noch welche? Wie kann das sein? Oh. Ah. Hier ist noch was. Diese verdammten Seraphin. Nein, da. Brauche ich nicht. Wo steckt der letzte Pfeifer? Oh, vielleicht sind die hier. Natürlich sind die oben. Okay, ich brauche noch ein paar Pfeile. Okay. Das waren die zwei Letzten. Sollte ich jetzt sparsam umgehen. Aha. Komm. Um die Ecke. Kein Gipfeifel mehr. War's das jetzt? Scheiße. War's das? Ich hoffe es. Diese Leute sind völlig durchgeknallt. Absolut. Absolut. Oh nein, das war's nicht. Wo kommen die nur her? Scheiße, unters Auto, unters Auto, unters Auto. Okay, hier geht's nicht, unters Auto. Oh. Viele gefallene Wolves heute. Armen. Aber... Ihre Anzahl macht mir Sorgen. Sie versammeln sich. Ruhig. Unsere Schleuer haben die Maure. Sie können uns nicht überraschen. Möge der Sturm ruhig sein. Sie führe uns nach Hause. Pfff, das war knapp. Sie führe uns nach Hause? Irgendwelche Glaubensrichtungen. Scheiße. Warte mal. Kann ich einen Schalldämpfer bauen? Ja. Sehr gut. Oh, oh. Sie haben die Leiche gefunden. Scheiße. Die schleichen hier alle rum. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Hab Sichtkontakt! Verdammt! Verdammt! Nein! Was los! Fuck! Miststück! Scheiße! Weg! Scheiße! Oh Gott! Lauf! Lauf! Fuck, 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 fuck! Nein, sind sie nicht. Na hier, durch. Durch. Kacke, 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 kacke. Kacke. Oh mein Gott, das ist ja abgelaufen wie in der Demo gerade. Ich glaube, ich kotze. Sucht weiter, Arschlöcher. Fast. Fast wie in der Demo. Scheiße. Natürlich kommen sie hier rein. Natürlich kommen sie hier rein. Scheiße. 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 Nein. Nein. Ja. Fuck. Scheiße. Scheiße! Ich hasse Ziel. Alter, ich war so gut mit Maus und Tastatur. Mach doch das scheiß Licht aus. Komme ich hier irgendwie raus? Nein. Natürlich bin ich hier jetzt in der Mall gelandet. Wo sind sie? Wo sind sie? Okay. Wenigstens noch ein paar Schokoriegel. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Wo denn? Zwei. Zwei. Okay. 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 Scheiße. Scheiße. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Runter, runter, runter. Scheiße. Was? Alter, was? Verflucht nochmal. Was ist das? Oh, exakt. Oh, exakt. Verflucht nochmal, Alter. Wie viele Kugeln ist er denn... Hat er denn geschluckt denn? Das gibt's doch nicht. Ist auf jeden Fall schwer verletzt. Ich bin kein Wurf. Guck, guck. Was? Das gibt's doch nicht. Alter. Das war's. Ich glaube, das war's. Ja, Mann. Ach, scheiße auf diese Stadt. Ja. Also, wo ist jetzt dieses scheiß Krankenhaus? Flucht doch nicht immer. Erstmal hier alles durchsuchen, echt. Leck mich am Arsch. Ah. Ja, Mann. Junge, Junge. War schon heftig, aber die waren nur zu zweit. Mit zwei wär ich ja auch fertig geworden. Hätte ich mich nicht so anstellen brauchen. Ich dachte, es wären mehr. Na, egal. Hauptsache, die hat einen Pfeil da gelassen und ich gucke mich nochmal hier um. Aber ich glaube, ich habe hier alles mitgenommen. Bestimmt ein Kosmetikladen, so wie es aussieht. Ah, ist es. Dann gibt's doch hier bestimmt Nagellackentferner oder so. Brennbares. Okay. Komm ich da drüber? Auch nicht. Nee. Nee, da hinten geht's nicht durch. Nee. 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 Okay. Ich glaube... Auch im Coffee Shop finde ich nichts mehr. Dabei hier vorne habe ich noch nicht geguckt. Ah... Geht's runter? Nee, oder? coresicht. Okay, hier geht's nicht runter. Ja. Warum springst du dann? Ja, egal. Ist wahrscheinlich nur, um hier rüber zu kommen. Und falls man es nicht schafft... Ja. Stirbt man. Okay, verstehe. Kaffeemaschine. Nichts. Okay, wie komme ich jetzt wieder zurück? Vielleicht da hinten? Nein, Stacheldraht. Okay, da muss ich doch rüberspringen. Tja. Hoffentlich schaffe ich das. Und... HEP! Nein! Nein! Verdammt. Okay. Wie komme ich wieder rüber? Ja, runterspringen ist tot. Ist irgendwie aufs Dach vielleicht. Ach komm schon. Ach komm schon. Das gibt's doch nicht. Komm nicht hoch. Komm nicht mehr rüber. Bin hier gefangen. Scheiße. Okay, mal überlegen. Runter geht's nicht. Hoch geht's nicht. Ich hab echt keine Ahnung. Geht nicht. Geht auch nicht. Hä? Ich muss da rüber kommen. Wieder. Ist aber echt ein weiter Sprung. Okay, nochmal. Nein, das war falsch. Immer dasselbe. Ich drück immer den falschen Knopf. Wohl, warte. Ne. Ich seh keine Möglichkeit. Ich seh auch keine Leiter oder so. Da hab ich ne Leiter übersehen. Innen drin hier irgendwas. Nein. Keine Chance. Entschuldigung. Ah. Habe ich vielleicht doch hier hinten vielleicht eine Tür übersehen oder so? Hier ist zwar eine Tür, aber die ist verrammelt. Genauso wie die. Ah, da ist sie doch. Okay, zurückkomme ich nicht mehr. Okay. Oh. Oh. Scheiße. Was bist du denn für ein Riesen-Babby? Scheiße. Nein. Fuck. Shit. Oh Gott. Jawoll. Sexsack. So ein Hund. Mit dem Hammer. So ein verdammter Hund. Alter. Oh. Oh, da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Komm rein. Aua. Ich fliege dich. Ja, dann komm her. Oh. Mist, Kerl. Genau. Mist, Kerle. Besser gesagt. Drei Stück. Scheiße nochmal. Puh. Okay. Krankenhaus. Moment. Moment, erstmal verbinden. Das hat übelst wehgetan. Junge, Junge. Da, Schokoriegel. Puh. Die haben sich wohl hier verschanzt. Keine Ahnung. Vielleicht haben die hier Pause gemacht. Ich mein, die müssen ja auch mal was essen oder so. Gut möglich. Gut möglich. Ich bin jemanden. Genau. Ich bin jemanden.